so meine lieben zuschauer da sind wir endlich zum jfd live trading tv kurz vor drei viertel zwölf wir haben ein stück weit verspätet gestartet hier gab es ein surfer bug zumindest ließ sich wohl keine connection erst mal herstellen aber jetzt bin ich online alles leuchtet grün streaming perfekt insofern wollen wir uns auch hier den tops beim dax annähern um mal zu schauen was da hier eigentlich noch abläuft wir schauen auch hier an dieser stelle noch mal auf die beschau des heutigen dax checks den wir heute im stream vorgestellt haben wir nähern uns hier diesem pivot level 11.460 das ist ein wichtiges niveau für den dax um heute hier intraday nach oben auszubrechen rein von der fuzie vektor logik sieht das ja ganz gut aus als könnten wir hier weitere performance erzielen aber es fehlt so recht der schwung das bleibt ganz klar festzuhalten und der dax überdies ja ohnehin hier in einem ganz klaren abwärtsmomentum weitere tiefs und das haben wir auch gestern zur sendung am vormittag und auch am nachmittag ja noch mal beleuchtet sind hier definitiv zu präferieren was bedeutet das aber für die einzelnen aktien wir schauen uns mal hier die allianz aktie die hier neben der infinien und wir gehen am besten mal auf den gewinner des tages bislang 2,56 prozent nach oben gelaufen bislang gehen wir mal auf die infinien ein schauen sie mal hier den kursverlauf in dem kurzfristigen bild an wir sehen natürlich wie bei allen aktien beginnend vom oktober letzten jahres von der korrektur bewegung dass der aufwärts impuls sichtlich nach oben zunahmend sehr sehr dynamische bewegung hier zu verzeichnen war und aktuell sehen wir hier eben eine korrektive phase die gerade mit blick auf die infinien aktie hier in einem bereich angekommen ist der rein technisch gesehen um 10 euro 50 bereits ausreicht um hier letztlich ja wieder nach oben zu streben das muss ganz klar gesagt werden die infinien aktie hat hier technisch so gesehen jetzt hier den boden erst mal bestätigt mit dem tief aus der vergangenen woche hier bei einem low von 10 40 das ist auch ein ganz ganz markantes level auf das man achten sollte grundsätzlich ist jedoch die abwärts bewegung noch intakt das lässt sich hier einerseits durch eine ganz simple abwärtstrend linie sozusagen mal visualisieren und auch hier in der art in der erscheinung eines sich öffnenden dreiecks sozusagen mal definieren und innerhalb dessen ist hier noch nichts ausgestanden also trotz der bisherigen performance ist das bild hier noch ja mit einer gewissen vorsicht zu sehen das charttechnische bild man muss davon ausgehen dass rein technisch gesehen durchaus noch erholungsimpulse erfolgen können aber richtig bullisch wäre es erst wenn wir hier diese starke kerze der ausverkaufskerze von gestern schrägstrich vielmehr noch das level von 11 50 überwinden per tagesschlusskurs das wäre hier für die infinien aktie sicherlich eine signalwirkung wenn die aktie hier über 11 50 per tagesschluss rausgeht dann hätte man hier nicht nur die letzten verlaufs hoch dieser ausverkaufskerzen einmal hier vom fünften fünften und einmal hier vom 29 vierten überwunden sondern dann hätte man hier auch diesen kurzfristigen abwärtstrend hinter sich gelassen ansonsten ist das bild hier dahingehend jetzt erstmal in dieser phase in einem konsolidierungsmodus zu sehen innerhalb dessen kann die aktie jetzt hier hin und her spinnen sozusagen tatsache ist wenn wir ein neues tief unter 10 40 machen würden dann wäre auch hier dieser ema 100 diese blaue linie nachdem wir ja hier auch schon in ema 20 und 50 durchschritten hatten wäre das hier sicherlich ein verkaufssignal also neues mehr wochen tief unterhalb von 10 40 wäre für die infinien letztlich ein bärisches signal trend folgend wäre hier aufgrund dieser stabilisierung sozusagen ein ausbruch über 11 50 leicht zu präferieren wir wissen aber der dax ist heiß gelaufen wir sind in einer saisonal grundsätzlich zwar auch positiv aufgerichtet aus der aufwärts gerichteten phase aber man darf nicht vergessen ja wie die aktien eben gestiegen sind und das hier doch so ein bisschen gefahr noch drohen könnte und diese dürfte sich insbesondere unterhalb von 10 40 wie gesagt entfalten und insofern machen wir das einfach mal hier grau und diesen hier blau gepunktet ich würde hier bei den finnen jetzt erstmal abwarten wie sich die aktie hier selber entscheidet ob sie entsprechend neuen ausbruch nach oben gibt oder es eben hier neues verlaufstief gibt je nachdem wäre dann hier entsprechend zu handeln schauen wir uns die allianzaktion nummer zwei des heutigen tages hier auch im tagesschart intervall gleiches spiel wir sind auch hier vom oktober tief relativ starke relativ dynamisch gestiegen und auch hier lässt sich interessanterweise anhand der letzten verlaufs hochs und der jüngsten tiefs auch immer 100 hier in diesem bereich die haben wir sogar schon touchiert aber hier das level von 150 euro sehr sehr interessant bei der leeren sagt also was bei der entfinden eben auch hier so ein horizontal widerstand war ist bei dieser ja bei unserem versicherungskonzern allianz genauso vorzufinden und ein ähnliches bild haben wir auch hier wenn wir jetzt sozusagen mal rein technisch gesehen trendlinien anlegen sind wir hier noch in einem abwärts trend der hier auch erst oberhalb in dem fall oberhalb dieses gaps was wir hier gerissen haben am 24 vierten dann haben wir ja auch noch einen kleinen horizontal widerstand erst oberhalb dessen muss man sagen hätte die allianzaktie wieder ja auftriebsgründe rein technischer natur um nach oben anzusteigen das ist jetzt hier ein markantes widerstandslevel 159 65 159 80 das hier ist eine zone da muss die allianzaktie erst mal drüber wenn das nicht gelingt wären auch hier weitere tiefs zu präferieren insbesondere in dem fall auch eine round number 150 euro je anteilschein wenn die aktie hier per daily close runter gehen sollte dann muss man weitere verluste einkalkulieren aktuell wie gesagt im bereich von über zwei prozent im gewinn und es kann auch hier ein stück weit hoch gehen aber hier bauen sich eben unterhalb von 159 schon weitere erste widerstände auf das muss man auch ganz klar sehen insofern hier erst mal auch wieder abwarten was passiert hält die unterstützung ziehen wir hier über 160 raus wunderbar dann geht hier die party direkt weiter gar keine frage muss man auf der uhr haben oder aber eben wir unterschreiten 150 euro und dann sehen wir hier sicherlich eine eher fallende tendenz die blauen pfeile hier nicht durchgehend blau sondern gestrichelt weil eben ein gewisses korrekturpotenzial definitiv nicht von der hand zu weisen ist und aber dennoch hier rein unter trendfolgegesichtspunkten der markt wenn es denn hier ausbrüche gibt über die kurzfristigen abwärtstrendlinien über kurzfristige widerstände der markt dann sicherlich auch trotz dessen die kraft aufweisen kann hier deutlich nach oben weiter aufzudrehen das muss man ganz klar sehen die rahmenbedingungen im sinne quantitative easing europe sind ja weiter gut usa großes fragezeichen in sachen zinsentscheid oder nicht letztlich muss man sich mal überraschen lassen wie es hier kommen wird die aktien aktuell wie gesagt ganz klar im konsolidierungsmotus und wir hatten gestern ja auch die dax familie als prime standard sozusagen unter die lupe genommen und dort wurde ja auch schon festgestellt dass rein technisch gesehen dax mdax sdax und auch tech dax durchaus noch einiges an rückschlagspotenzial aufzuweisen haben warten wir ab was passiert was die märkte machen letztlich heute mal die zwei picks in der extra beschau allianz und infineon hoffe es hat ihnen gefallen wenn sie mögen hören wir uns am nachmittag wieder ich sage erst mal ciao bis später ihr christian kämmerer